Praise the Lord! Halleluja! Preist den Herrn! Halleluja! Liebe Gemeinde, ich habe heute etwas ganz Spannendes bekannt zu geben. Und zwar starten wir in der New Creation Church jetzt zum ersten Mal die Grace Academy. Die Grace Academy wird euch ein strukturiertes Lernen bieten, durch das ihr geistlich wachsen und eure Bestimmung in Christus entdecken und erfüllen könnt. Wir haben viele aufregende Themen, beispielsweise wie man die Bibel studiert, wie man das Wort Gottes richtig auslegt, wie man seine geistliche Begabung entdeckt und wie man für Kranke betet. Außerdem Finanzen, Ehe, Beziehungen, Beruf, Erziehung und vieles mehr. Klingt das gut? Wenn ja, dann meldet eure jeweiligen Interessen über unsere Website an. Registriert euch dort, dann bekommt ihr genauere Infos, sobald wir sie haben. Seid ihr nicht auch begeistert, dass wir in diesem Jahr der Ruhe und Beschleunigung eine frische Salbung von Gott empfangen können, sodass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein? Amen? Jetzt wollen wir Pastor Prince willkommen heißen. Die Grace Academy. Ich kann euch alle schon als Absolventen sehen. Preis den Herrn. Wisst ihr, wir hören nie auf zu lernen. Das ist der Beweggrund, der dahinter steht. Die Idee ist meinem Herzen entsprungen. Ich sprach mit unserem Leitungsteam darüber. Und ich hatte den Eindruck, wir sollten ein Lehrprogramm für unsere Leute starten, statt immer nur auf den Sonntagsgottesdienst warten zu müssen. Ich weiß, viele von euch machen auch täglich persönliche Andachten. Ob ihr nun mein Andachtsbuch oder ein anderes verwendet, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir die stille Zeit haben, die wir alle mit dem Herrn brauchen, richtig? Das macht ihr, oder? Neben dem Fernsehgucken, oder? Macht ihr das alle? Bestimmt macht ihr das alle. Aber wir können nicht immer auf den nächsten Gottesdienst warten, denn es gibt so viel, was Gott uns lehren möchte. Auf meiner JPM-App und unseren Gospelpartnern stehen über 1000 Predigten zur Verfügung. Ich habe zwar schon früher angefangen zu predigen, aber für diese Predigten nehmen wir nur die Jahre ab 2000. Also inzwischen 22 Jahre. Genau 22. Hey, überlegt mal, 22 Jahre. Es sind also inzwischen mehr als 1000 Predigten, in denen wir viele Bereiche abgedeckt haben, zu denen ihr vielleicht Fragen habt. Dinge, die ihr im Leben vielleicht gerade durchmacht. Situationen, mit denen ihr konfrontiert seid. Gott hat Antworten in seinem Wort, durch diese Predigten. Wie viele von euch haben schon gemerkt, dass wir eine Lehrgemeinde sind. Jede Gemeinde hat eine andere Betonung. Ja, dafür könnt ihr Gott gerne einen Applaus geben. Halleluja. Wir lernen beständig. Wir lernen vom Herrn. Erstens über Jesus und dann über seine Wege und den Neuen Bund. Wir sollten Schüler der Gnade Gottes sein. Aber ich merke, die Zeit ist kurz. Jesus kommt wieder. Das können wir alle spüren. Wir spüren es und wir sehen die Zeichen der Zeit. Gestern kam mir etwas zu Ohren, wovon ich noch nicht gehört hatte. Ich glaube, es war gestern oder vorgestern. Und zwar soll es eine neue Pockenart geben. Affenpocken. Ihr müsst euch nicht ängstlich umschauen. Hier gibt es keine Affenpocken. Amen? Hier ist nur Pastor Mark. Nein, Pastor Mark ist gesund und kräftig. Also macht euch keine Sorgen darüber. Mein Punkt ist nur, mit einem Mal ist es eine Sache nach der nächsten. Wir wissen nicht, wie weit diese Sache geht. Wir wissen es nicht. Wir wollen hier also keine Panikmache betreiben. Aber die Sache ist die. Jesus hat gesagt, dass in der Endzeit die Seuchen zunehmen werden, auch wenn es sie schon immer gegeben hat. Kriege und Kriegsgerüchte, das heißt Nachrichten über Kriege, werden alle zunehmen, sagt Jesus. Wir leben in diesen Zeiten, liebe Leute. Und da die Zeit kurz ist, können wir uns nicht bloß einmal die Woche eingehen, damit der Bibel beschäftigen. Lerne Gottes Wege kennen. Nähre deinen Geist so, wie es am besten in dein Leben passt. Man kann an dem Angebot auch online teilnehmen. Wie gesagt, genauere Infos kommen noch. Freut ihr euch, dass ihr Teil der Grace Academy werden könnt? Schon jetzt haben all unsere Partner von Joseph Prince Ministries Zugang zu den über tausend Predigten. Und wir hören immer wieder, es ist wie meine eigene Bibelschule. Manchmal weiß ich nicht, was ich wählen soll. Und dann höre ich mir irgendeine Predigt an. Und Gott spricht ganz konkret durch sie. Immer wieder. Es ist wie das Urim und Tumim im Alten Testament. Es strahlt hervor. Neulich saß ich mit dem Leitungsteam zusammen. Wir sprachen über die Bibel. Und wie man die Bibel auf nicht traditionelle Weise studiert. Es gibt verschiedene Methoden, um die Bibel zu studieren. Auf YouTube kann man so einige davon finden. Diese Methoden sind an sich nicht falsch. Es gibt viele Methoden. Es gibt die induktive Methode. Es gibt themenfokussierte Methoden. Es gibt McShane's Bibelleseplan. All das kann hilfreich sein. Aber ich glaube, dass die beste Art die ist, die ich vom Herrn gelernt habe. Ich habe diese verschiedenen Methoden ausprobiert. Aber die beste Methode ist immer noch der Heilige Geist. Ich bin mit den Leitern durchgegangen, wie ich das handhabe und wie Gott zu mir spricht. Bibelstudium macht so richtig Spaß, wenn Gott spricht. Wenn Gott spricht, sind es mehr als bloße Worte. Es ist alles das Wort Gottes, das Logos. Aber erst dadurch wird es zum Rema. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Dadurch wird das Wort zum Rema. Es spricht zu einem. Oh, ich sage euch, dadurch wird alles neu belebt. Denn in der Bibel steht, dass Gottes Worte für den ganzen Leib heilsam sind. Durch seine Worte wird man geistig und körperlich lebendig. Sie wecken einen auf, geben einem Energie. Nach so einem Bibelstudium fühlt man sich anders. Auf positive Weise. Ich wünsche mir, dass auch du das erleben kannst. Das werden wir auch in der Grace Academy lehren. Es gibt noch so viel mehr Inhalte, die ich vermitteln möchte. Bei den Sonntagspredigten reicht die Zeit dafür häufig nicht aus. Oft bin ich gerade erst mit der Einleitung fertig. Dann ist die Zeit schon wieder abgelaufen. Weil ihr alle essen müsst. Pastor Mark braucht sein Essen. Besonders Pastor Lawrence braucht sein Steak. Schaut euch diesen Körper an. Wegen dieser Notwendigkeiten müssen wir euch wieder gehen lassen. Ihr müsst eure Kinder abholen und all das. Aber es gibt noch so viel mehr, was wir durchnehmen können. Wisst ihr, wenn Gott mir etwas zeigt, dann kommt es in konzentrierter Form. Und es braucht Wochen, es zu verdünnen, ist nicht das richtige Wort. Es herunterzubrechen und auszupacken. Ich bete also, dass ihr die Gelegenheit nutzt, die die Grace Academy euch bieten wird. Doch wie gesagt, haben auch schon unsere Gospelpartner Zugang zu über tausend Predigten. In welcher Lebensphase du dich auch gerade befindest, bitte den Herrn zu dir zu sprechen und lerne von seinem Wort. Eines der traurigsten Zeugnisse in der Bibel ist, als Gott sagt, mein Volk, nicht die Menschen der Welt, sondern mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Nicht aus Mangel an guten Vorsätzen, nicht aus Mangel an guten Werken, nicht aus Mangel an Spenden für wohltätige Zwecke oder aus Mangel an Sozialarbeit. Nicht aus Mangel an all dem, sondern aus Mangel an Erkenntnis. Ein Mangel an Erkenntnis kann verheerend sein. Wie viele von euch wissen das? Gott möchte, dass ein Volk erkenntnisreich ist, weil er weiß, wie verheerend der Mangel daran ist. Das Leben einiger Menschen findet aus Mangel an Erkenntnis ein vorzeitiges Ende. Auch in der materiellen Welt kann ein Mangel an Erkenntnis verheerend sein. Stell dir vor, du fährst in einer dunklen, stürmischen Nacht mit dem Auto. Es regnet so stark, dass du kaum die Straße sehen kannst. Dann siehst du vor dir etwas über der Straße hängen. Du hältst an und willst es aus dem Weg räumen, um den anderen Fahrern einen Gefallen zu tun. Du willst den Weg für andere freiräumen. Nur weißt du nicht, dass es sich um ein Stromkabel handelt. Was passiert nun, wenn du es anfasst? Das wollen wir uns lieber nicht vorstellen. Jetzt möchte ich dich fragen. Hast du gute Absichten gehabt? Ja. Hast du auf andere Menschen Rücksicht genommen? Ja. Hast du etwas Egoistisches getan? Nein. Aber du hattest einen Mangel an Erkenntnis. Du wusstest nicht, worum es sich wirklich handelte. Das zeigt Gottes Wort uns, die wahre Beschaffenheit der Dinge. Und dann Gottes Lösung, Gottes Weisheit. Also in diesem Sinne wollen wir uns heute wieder in die Bibel vertiefen. Wir sind und bleiben Schüler. Beim Missionsauftrag hat Jesus gesagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. So oder so ähnlich geben es die meisten Bibelübersetzungen wieder. Aber das Wort Jünger bedeutet eigentlich Schüler. Macht zu Schülern alle Völker. Macht zu Jüngern. Das griechische Wort, das mit Jüngern übersetzt wird, ist Matetes. Sagt mal, Matetes. Das entsprechende hebräische Wort ist Talmid. Sag mal Talmid. Talmid leitet sich vom hebräischen Limut ab. Im hebräischen Alphabet gibt es einen Buchstaben, der heißt Lamet. Lamet bedeutet Lehren. Daher kommt das Wort für Jünger, Limut. Ein Jünger ist also nichts weiter als jemand, der lernt. Jemand, der fortwährend lernt. Leider werden heutzutage viele Jüngerschaftsschulungen so dargestellt, als würden sie einen zu einem überlegenen Christen machen. Als würde man dadurch zu etwas ganz Besonderem werden. Dabei bedeutet Jüngerschaft nichts weiter, als immer ein Lernender zu sein. Ein Schüler der Gnade Gottes. Amen. Damit klar ist, ich habe nichts gegen das Wort Jünger und schon gar nichts gegen Lernen. Denn wir müssen lernen. Alles, was ich eben gesagt habe, soll zum fortwährenden Lernen anregen. Wie viele von euch wissen, dass wir weiter lernen werden, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Oder bis hinein ins hohe Alter. Wir sind lebenslange Schüler der Gnade Gottes. Unsere Entdeckungsreise des neuen Bundes geht immer weiter. Wir entdecken immer mehr. Aber einige fixieren sich auf dieses Wort Jünger und sagen, oh, bloß ein Christ zu sein, das kostet nichts. Aber ein Jünger zu sein, das ist eine andere Ebene. Auf dieser Ebene hier unten ist man bloß ein Christ. Aber dann gibt es noch diese höhere Ebene, wo man ein Jünger ist. Bei so einer Zweiteilung möchte ich Folgendes fragen. Liest man Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, so sieht man, dass Jesus Jünger hatte. Auch Gamaliel, ein sehr berühmter Rabbi in Jerusalem, hatte Jünger. In Israel gibt es selbst heute noch Rabbis, die Jünger haben. Ein Jünger zu sein bedeutet, Schüler eines bestimmten Lehrers zu sein, eines bestimmten Rabbis. Könnt ihr mir folgen? Ihr seid alle Jünger, genau genommen. Diese Vorstellung, dass es nicht ausreiche, ein Christ zu sein, dass, um ein heiligerer, noch stärker hingegebener Christ zu sein, man außerdem noch ein Jünger sein muss, ist tatsächlich ein Rückschritt. Ein Christ kann nicht anders, als lernbegierig zu sein. In der Bibel steht, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Bist du begierig auf Gottes Wort? Deshalb bist du ja hier. Das ist ein wahres Ich. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Meine, ja, nicht, ein Versagen würde dich als Person definieren. Nein, 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 nein. Du bist ein gerechter Mensch, genauso wie ein Schmetterling, der sich vorübergehend im Müll verirrt, sich deshalb nicht wieder in eine Raupe zurückverwandelt. Ich bin wieder eine Raupe, denn ich bin in Müll gefallen. So bleibst auch du ein Schmetterling. Blicke auf, sei, wer du bist. So ein Schmetterling muss zur New Creation Church kommen und gesagt bekommen, wer er ist. Wir sagen dir nicht, wer du bist, um dich dazu zu machen, sondern wir sagen dir, wer du bist, weil du es bereits bist. Amen. Eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Jedes Versagen, jede Verirrung in den Bereich des Sündenmülls, jede Sucht, jeder Ausrutscher, alles Negative, das uns immer noch plagt, obwohl wir meinen, dass es eigentlich nicht mehr da sein sollte. Seien es sündhafte Neigungen oder eine Depression, was immer es im Einzelnen ist. Das alles liegt daran, dass wir verkennen, wer wir sind. Wir kämpfen gegen einen Feind, der bereits besiegt ist. Wir versuchen, eine Natur zu unterdrücken, die gar nicht mehr existiert, sondern nur noch ihr Echo. Wir machen uns nicht klar, dass unsere Feinde, die Ägypter, bereits tot sind. Ihre Leichen wurden an den Strand gespült. Wir befinden uns nicht mehr auf der Seite Ägyptens, sondern auf der anderen Seite. Christus ist am Kreuz gestorben. Aber Pastor, ich verspüre die Versuchung zur Lüsternheit, die Versuchung zur Wut. Dadurch bekommen wir den Eindruck, unser alter Mensch sei noch am Leben. Ist er aber nicht. Hier braucht es die richtige Erkenntnis. Die reine Erkenntnis. Ich bin nicht das, was ich gerade verspüre. Ich bin nicht dieses lügende Symptom in meinem Körper, das mir sagt, dass ich deprimiert bin. Du bist ein neuer Mensch. Wenn man den Blick auf die Welt richtet, wird alles finster und trostlos. Dann glaubt man in jeder Situation das Schlimmste, auch über jeden Menschen. Die Gedanken werden in Dunkel gehüllt. Der Teufel sagt, du bist deprimiert. Akzeptiere diesen Stempel nicht. Du bist nicht deprimiert. Du hast den Frieden Gottes. Was ist das dann, Pastor Prince? Etwas, das dir einreden will, das bist du. Dabei kommt es von außen an dich heran. Es entspringt nicht deinem Inneren. Hörst du? Ich bin also gegen diese Vorstellung, jetzt bist du Christ. Super. Christ sein kostet nichts. Jesus hat alles bezahlt. Aber Jünger sein, das erfordert einen hohen Preis. Die alte menschliche Natur hört das gerne. Ich will den Preis bezahlen. Dadurch kann ich mich beweisen. Nein, lieber Christ, so geht's nicht voran. So etwas ist ein Rückschritt. Denn es gab Jünger und Jüngerschaft schon bevor es Christen gab. Lange bevor es Christen gab, gab es Jünger. Man findet sie in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die Jünger von Jesus waren Jünger, lange bevor sie Christen waren. Lange bevor sie eine neue Schöpfung genannt wurden. Und dann passierte etwas Interessantes. Geh mal das Neue Testament durch. Geh die vom Heiligen Geist inspirierten Briefe durch. Die Briefe von Paulus. All die Briefe an die Gemeinde, geschrieben durch Petrus, Jakobus, Paulus. Paulus hat die meisten geschrieben. Judas, die Johannesbriefe. In all den vom Geist inspirierten Briefen nach der Apostelgeschichte gibt es keine einzige Erwähnung von Jüngern. Überhaupt nicht mehr. Heißt das, dass wir aufhören sollen zu lernen? Nein. Aber warum hat der Heilige Geist sich entschieden, dieses Wort nicht zu benutzen? Weil er weiß, dass wir dazu neigen, falsche Vorstellungen darüber zu entwickeln. Wir verkomplizieren es, als sei Jüngerschaft etwas, was man tun müsse, um voranzukommen. In Wirklichkeit ist das ein Schritt zurück. Pastor, müssen wir nicht alle lernen. Ja, aber im Herzen eines jeden Gläubigen liegt bereits der Wunsch zu lernen. Darauf zielt die Grace Academy ab. Ich muss dir nicht sagen, dass du lernen musst. Das weißt du bereits. Ich erinnere dich bloß an den Hunger, den du bereits in dir hast. Und durch die Grace Academy geben wir dir jetzt die Möglichkeit, noch schneller zu lernen. Du kannst jeden Tag lernen. Aber zu meinen, man müsse Christen den Lernhunger erst beibringen, wäre so, als würde man einem neugeborenen Kind sagen, ein Neugeborenes ist bereits ein richtiges Kind, richtig? Das Kind der Eltern. Nun, stell dir vor, wir würden dem Kind sagen, Baby, es ist gut, dass du geboren bist. Du gehörst jetzt zur Familie. Aber jetzt musst du lernen, hungrig zu sein. Glaub mir, Babys lassen einen wissen, dass sie hungrig sind. Zu allen möglichen Zeiten. Tag und Nacht. Alle Eltern, besonders Mütter, wissen das. Väter dürfen meist durchschlafen, aber die Mütter. Kommt, liebe Mütter, hier brauche ich mal eure Unterstützung. Einem Baby muss man nicht sagen, hört zu, Baby, ich will dir jetzt die sieben Schritte zum Hungrigsein beibringen. Dieser Meinung bin ich nicht. Und deshalb taucht das Wort Jünger in den Briefen nicht auf, weil der Heilige Geist die Jüngerschaft durch Sohnschaft ersetzt hat. Durch Sohnschaft. Du bist jetzt ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Worin liegt der Unterschied? Man kann ein Jünger sein, ohne zur Familie zu gehören. Mehr noch, um damals der Jünger eines Rabbis zu werden, beispielsweise von Gamaliel, musste man seiner Familie abschwören. Man musste seinen Beruf und alle vorherigen Bindungen aufgeben, um dem Rabbi nachzufolgen. Dann war man ein Jünger Gamaliels. Ein Follower Gamaliels. Deshalb sage ich nicht, Pastor Mark ist mein Jünger, Pastor Lawrence ist mein Jünger. Nein, 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 nein. Sie sind Söhne Gottes. Aber sind sie auch Jünger im Sinne des griechischen Wortes Matetes? Ja, sie sind Schüler der Gnade Gottes. Eben erwähnte ich, dass der Missionsauftrag Jesu in vielen Bibeln so übersetzt wird, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Aber das Wort dort ist einfach die Verbform von Matetes, zu Schülern machen. Die englische King-James-Bibel gibt den Vers ganz richtig wieder. Geht hin in alle Welt und lehrt. Matetes. Es bedeutet einfach lehren. Macht Menschen zu Schülern. Viele von euch hier sind zum Glauben gekommen, weil ich das Evangelium von Jesus Christus gelehrt und gepredigt habe, richtig? Und danach seid ihr weitergekommen, weil ihr mehr über den Neuen Bund lernen wolltet. Ihr seid zu Schülern der Gnade Gottes geworden. Deshalb kommt ihr immer weiter. Deshalb hört ihr immer weiter. Habe ich recht? Dadurch machen wir alle Völker zu Schülern. Man darf auch ruhig alle Völker zu Jüngern sagen, solange man versteht, dass mit Jüngern nichts weiter als Schüler gemeint ist. Dieser Missionsauftrag findet sich im Matthäus-Evangelium. Und Matthäus schrieb ursprünglich für jüdische Leser, die ein klares Verständnis vom Konzept der Jüngerschaft hatten. Denn schon bevor Jesus kam, gab es Jünger von Rabbis. Entsprechend verstanden die jüdischen Leser, dass sie Menschen zu Schülern machen sollten. Lukas hingegen gibt den Missionsauftrag anders wieder. Bei ihm sagt Jesus nicht, geht, sondern wartet. Wartet, bis ihr die Verheißung meines Vaters aus der Höhe empfangt, bis ihr im Heiligen Geist getauft seid. Geht noch nicht. Und es ist Lukas, der in der Apostelgeschichte die folgenden Worte von Jesus festhält. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. Wo? In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. In Matthäus steht, geht zu allen Völkern, weil das jüdische Volk zur Ansicht neigte, das Evangelium sei nur für sie bestimmt, dass sie die Pächter der guten Nachricht wären. Deshalb sagte Jesus dort, nein, es ist für die ganze Welt. Damit steuerte er unserer natürlichen Neigung entgegen, uns selbst für die einzigen zu halten. Natürlich können wir aus allen vier Evangelien Nutzen ziehen. Aber ursprünglich waren die unterschiedlichen Evangelien für unterschiedliche Gruppen geschrieben. Lukas richtete sich vor allem an Nichtjuden. Und was sagte Jesus dort? Wartet! Die gute Nachricht musste zuerst in der schuldigsten Stadt verkündet werden, dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, wo die Menschen ihn abgelehnt hatten. Ist das nicht Gnade? Angefangen in Jerusalem und dann Samaria und von dort bis an die Enden der Erde. Das ist anders formuliert als Macht zu Jüngern alle Völker. Man muss den Missionsauftrag zusammengenommen betrachten. Von der Gemeinde und ihrer Bedeutung sagte Jesus beim Missionsauftrag übrigens kein einziges Wort, weil das erst durch Paulus kam. Und Paulus war zu dem Zeitpunkt noch nicht errettet. Stell dir mal vor, selbst am Abend vor seiner Kreuzigung, nachdem er dreieinhalb Jahre mit seinen Jüngern verbracht hatte, sagte er zu ihnen, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen. Nur seid ihr noch nicht so weit. Wir meinen häufig, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes beinhalten die ganzen Lehren von Jesus. Und wir sehen Paulus Briefe als seine Meinungen an, die dann auch hier und dort hinzukamen. Nein, Paulus Briefe sind die Worte des aufgefahrenen Christus. Als er noch auf der Erde war, selbst am letzten Tag vor seiner Kreuzigung, nachdem er dreieinhalb Jahre gelehrt hatte, sagte er, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, nur seid ihr noch nicht so weit. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Also, wenn man den Missionsauftrag ganz penibel umsetzen will, dann muss man auch Lukas berücksichtigen. Dann müsste man genau genommen anfangen, erst in Jerusalem zu predigen. Heißt das, wir hören auf, das Evangelium zu verkünden? Nein, aber wer den Missionsauftrag allzu wörtlich sehen will, der müsste eigentlich in Jerusalem anfangen. Da müsste jeder Missionar erst in Jerusalem tätig sein. Warum stellen wir Matthäus' Missionsauftrag über Lukas' Missionsauftrag? Es ist doch derselbe Jesus, der den Auftrag gibt. Wir müssen alles in der Bibel immer im Zusammenhang betrachten. Nebenbei bemerkt, die Jünger, denen Jesus sagte, dass sie zu allen Völkern gehen sollten, taten das nicht. Sie blieben in Jerusalem. Weißt du, wie das in der Bibel heißt? Ungehorsam. Selbst nachdem sie im Heiligen Geist getauft worden waren, gingen sie nicht, bis es eine Verfolgung gab und sie vertrieben wurden. Sie gehorchten schließlich nur, weil sie gewaltsam zerstreut wurden. Dann gingen sie endlich nach Samaria, Richtung den Enden der Erde. Und dann berief Gott Paulus. Und dann passierte etwas. Das Wort Jünger zieht sich durch Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Aber dann, in Apostelgeschichte 11, gab es einen Wechsel. Das ist hochinteressant. Paulus hatte gerade sein Bekehrungserlebnis gehabt und Barnabas brachte ihn nach Antiochien. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Was bist du? Du bist kein Jünger mehr. Die Jünger werden jetzt Christen genannt. Und von dem Punkt an kommt Jünger nicht mehr vor. Nirgendwo in den Briefen von Paulus, die direkt für die Gemeinde geschrieben wurden. Die ganze Bibel ist zwar für uns. Ich wiederhole, die ganze Bibel ist für uns. Wer mich zitieren möchte, der zitiere auch das bitte. Die gesamte Bibel ist von Gott eingehaucht. Aber einige Bücher, beispielsweise Hesekiel, Nahum Micha, wurden für jüdische Leser geschrieben. Können wir ihnen trotzdem etwas abgewinnen? Natürlich, Gott hat sie nicht ohne Grund in die Bibel mit aufgenommen. Aber sie wurden ursprünglich nicht für uns geschrieben. Was können wir von ihnen lernen? Wir können die Prinzipien lernen, die sie enthalten. Aber denkt daran, sie wurden nicht direkt an uns als Gemeinde geschrieben. Die einzigen Bibelbücher, die direkt an die Gemeinde geschrieben sind, sind die Briefe im Neuen Testament, die Liebesbriefe des Heiligen Geistes an die Gemeinde. Verfasst durch Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes und Judas. Das heißt nicht, dass wir Matthäus, Markus, Lukas und Johannes vernachlässigen sollten. Nein, ich liebe die vier Evangelien, weil sie mir ein Bild von Jesus malen. Was ist mit seinen Lehren? Denkt dran, die Lehren von Jesus drehten sich um das Reich Gottes. Aber dieses Königreich wurde abgelehnt, weil der König abgelehnt wurde. Über die Gemeinde sagte Jesus so gut wie nichts. In den gesamten dreieinhalb Jahren bezog er sich nur ein paar Mal auf sie, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich in ihrer Mitte. Dann spricht er über Zurechtweisung in der Gemeinde und sagt zudem, die Mächte der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Aber was das Geheimnis der Gemeinde und des neuen Bundes betraf, so wusste Jesus, dass die Jünger noch nicht so weit waren. Das kam dann erst durch Paulus, der erst mehrere Jahre später zum Glauben kam. Also, das Wort Jünger endet mit der Apostelgeschichte. Danach findet man es nicht mehr. Heißt das, dass wir keine Schüler mehr sein sollen? Nein, im Gegenteil. So war beispielsweise Timotheus ein Schüler von Paulus. Ja, genau, Pastor Prince, da passt das Wort Jünger doch. Man darf das Wort ruhig benutzen. Aber wie gesagt, es weist auf Rabbis und ihre Schüler. Und in der Gemeinde ist dieser Begriff teilweise übernommen worden. Aber Paulus nannte Timotheus nicht seinen Jünger. Als was betrachtete Paulus ihn dann? Nicht als seinen Jünger, sondern als seinen Sohn. Es ist jetzt eine Familiensache. Es ist Sohnschaft. Lesen wir mal aus 1. Timotheus, Kapitel 1. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, nicht mein Jünger. Ein Jünger hat nicht so eine hohe Stellung wie ein Kind. Heute haben wir das Ganze umgedreht. Wir haben einen Rückschritt gemacht, zurück zur Jüngerschaft. Und der Geist der Sohnschaft hat darunter gelitten. Das ist meine größte Sorge. Sie sagen, ich folge Jesus nach. Ich bin ein Jünger. Ihr mögt zwar Christen sein. Ihr seid Söhne Gottes. Ja, aber ich bin mehr als ein Sohn. Ich bin ein Jünger. Als wäre man so größer. Nein, das ist ein Rückschritt. Wenn du nicht aufpasst, bekommst du den Geist der Jüngerschaft und verlierst den Geist der Sohnschaft. Sohnschaft ist größer. Das Größere ist gekommen. Hörst du? In 2. Timotheus schreibt Paulus erneut an Timotheus. An Timotheus. Mein geliebtes Kind. Mark. Mein geliebtes Kind. Mein geliebter Sohn. Komm her. Komm her, komm her. Gott segne dich. Vergiss nicht. Nenn mich Vater. Er hat mich gerade Vater genannt. Ja, mein geliebtes Kind. Vergiss dein monatliches Taschengeld nicht. So war das. Was vermittelt das? Siehst du, bei einer Beziehung zwischen einem Jünger und seinem Meister ist es eine Schülerbeziehung, keine Familienbeziehung. Aber lernen auch Kinder in einer Familie vom Vater? Ja. Zumindest sollten sie das. Das ist der biblische Maßstab. Ja, Lawrence, auch du bist mein geliebtes Kind. Ja, Gabriel, du auch. Du bist mein echtes Kind im Glauben. Wen haben wir von unserem Pastorenteam sonst noch hier? Wenn ich erst einmal anfange, fragen sie sich, Liebt Pastor Prinz nur Pastor Mark? Achtung, Mark. Alle, die ich lieb habe, züchtige ich. Natürlich. Also, Timotheus war schon in gewisser Weise ein Jünger von Paulus. Aber Paulus benutzte das Wort Jünger nicht. Noch einmal, ein Jünger ist ein Schüler. Aber warum hat der Heilige Geist in den gesamten Briefen des Neuen Testaments nicht einmal das Wort Jünger verwenden lassen? Weder als Nomen noch als Verb. Man findet es dort überhaupt nicht. In 2. Timotheus, Kapitel 2, schreibt Paulus, Du nun, mein Kind, wieder mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das Augenmerk liegt auf der Gnade. Dann lehrt er ihn Mentorschaft. Wenn man will, kann man in diesem Zusammenhang von Jüngern, Schülern oder Lehrlingen sprechen. Dann ist das die richtige Definition von Jünger. Er schreibt, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Okay, Mark, komm. Lawrence und Gideon kommt. Wenn ich komm sage, dann kommt schnell. Nicht wie alte Männer. Ich weiß, du bist 75, aber du musst aufspringen. Er sagt mir immer, wenn Leute mich fragen, wie alt ich bin, gebe ich vor, 75 oder 80 zu sein. Dann schauen mich die Leute an und sagen, wow, du siehst aber jung aus. Ich weiß nicht, ob das Weisheit ist oder nicht. Auf jeden Fall sagt Paulus hier, wie wir in der Gnade stark sein können. Der Gedanke der Gnade ist da, richtig? Stark in der Gnade. Das, was du von mir gehört hast. Er sagt, Timotheus, mein geliebtes Kind. Richtig? Richtig? Das, was du von mir gehört hast, das, was ich dich gelehrt habe, das vertraue treuen Menschen an. Vertraue es treuen Menschen an. Weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind. Aber Pastor, das ist doch Jüngerschaft. Aber warum hat der Heilige Geist dieses Wort nicht dafür benutzt? Weil es im Geist der Sohnschaft geschieht. In einem familiären Geist. Nicht dem Geist zwischen Meister und Schüler. Wir müssen im Geist der Sohnschaft lernen. Sohnschaft ist größer. Und das Größere beinhaltet immer das Geringere. Das Größere schließt das Geringere immer mit ein. Sohnschaft ist größer. Sohnschaft schließt also Jüngerschaft mit ein. Also lass dir von niemandem einreden, Sohnschaft genüge nicht. Das wäre ein Rückschritt. Also, was du von mir gehört hast, in der Grace Academy, weil du schon lange an meiner Seite gewesen bist. Du bist mein Sohn im Herrn. Du trinkst meine Milch. Ich nehme das Essen und kaue es vor, um es weich zu kauen. Und dann tue ich es in deinen Mund. Was ich dich füttere, schluckst du. Was du von mir gehört hast, das bezieht sich auf Lehren, richtig? Was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Treue Menschen. Gott legt vor allem Wert auf Treue, nicht auf Lehrbegabung. Das ist das Geheimnis des Lehrens. Die Gabe des Lehrens kommt später. Wenn man treu ist, wird sie kommen. Was steht hier? Das vertraue fähigen Menschen an? Nein. Es kann gefährlich sein, fähigen Menschen etwas anzuvertrauen, weil sie sich schnell etwas darauf einbilden. Besser ist es, nach treuen Menschen Ausschau zu halten. Das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, zu lehren. Das ist die Zukunftsform. Sie sind jetzt treu, und deshalb werden sie auch andere lehren können. Die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Was du von mir gehört hast, du kannst dich ihm zuwenden. Was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Okay, jetzt aufgepasst. Wo hat Paulus seine Erkenntnis herbekommen? Nicht von sich selbst. Von wem? Von Jesus. Schaut her. Es beginnt mit Jesus, richtig? Jesus gibt es Paulus. Paulus gibt es Timotheus. Timotheus gibt es treuen Menschen, die andere treue Menschen lehren. Man kann das Jüngerschaft nennen. Wichtig ist vor allem, dass man den Geist nicht verfälscht. Jetzt schaut, Gnade wird in der Bibel durch welche Zahl symbolisiert? Fünf. Beim fünften Mal, als Noah erwähnt wird, heißt es, Noah fand Gnade. Die Zahl fünf ist auch in den Maßangaben der Stiftshütte zu finden. Sie ist voller Gnade. Okay, aufgepasst. Jesus ist der Erste. Immer. Er ist die Nummer eins. Jesus, Timotheus 2. Nein, nicht Timotheus, Paulus. Gut, du bist wach. Du bist ein guter Schüler. Ein guter Jünger. Also, eins, zwei, drei, Timotheus. Timotheus an treue Männer? Vier. Treue Männer an andere? Fünf. So wird man stark, stark in der Gnade. Danke. Gebt Ihnen mal einen Applaus. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Es gibt so vieles zu lernen über die Ehe, über Gottes Plan, Gottes Vorstellungen, Kindererziehung, wie man die Bibel studiert, unsere Begabungen und Berufungen. Jeder von euch hat eine Berufung. Du hast eine Gabe. Versteck diese Gabe nicht. Nehmen Sie nicht ungebraucht mit ins Grab. Ungenutzt. Die größte Erfüllung ist, wenn man das tut, wovon man geträumt hat, und dann auch noch dafür bezahlt wird. Man hatte sich nie träumen lassen, für etwas bezahlt zu werden, was man gerne tut. Tu, was du gerne tust, dann kommt auch das Geld. Mach dir keine Sorgen ums Geld. Sei nicht aufs Geld aus. Sonst sitzt du am Ende mit einem leeren Gefühl da, Tag ein, Tag aus auf den Aktienmarkt zu starren, bis einem die Augen aus dem Kopf fallen. Solange das nicht deine Berufung ist, lass das lieber sein. Geh nicht in Bereiche, an denen du keine Freude hast. Ich habe noch so viel mehr über Gaben und Berufungen zu lehren, darüber, wie du in ihren Fluss kommen kannst. Kann man seine Gaben mehren? Ja, man kann sie mehren. Man kann sie pflegen. Mehr dazu gibt's in der Grace Academy. In einer einzigen Predigt kann man nicht alles lernen, richtig? Also zurück zur Jüngerschaft. Warum hat der Heilige Geist das Wort Jünger in keinem der von ihm inspirierten Briefe an die Gemeinde benutzt? Weil er wusste, dass die Sohnschaft gekommen war. Also gab er den Jüngern in der Apostelgeschichte eine neue Bezeichnung. Wie nannte er sie? Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Was ist also wichtiger? Die Jünger sind nun Christen. Wir sollten einander Söhne Gottes oder Christen nennen. Ihr wisst, was Christ bedeutet, oder? Es leitet sich natürlich von Christus ab. Weißt du, was Christus bedeutet? Mashiach auf Hebräisch. Der Gesalbte. Das heißt, wann immer er etwas Böses berührt, muss das Böse weichen. Die Salbung bricht das Joch der Krankheit. Amen. Liegt die Salbung auf einem, dann kann man mühelos sprechen und die Worte reichen tief. Die Salbung ist wie Öl. In der Bibel wird sie immer wieder durch Öl symbolisiert. Knarrt eine Tür? Hat man irgendein Gerät schon länger nicht mehr benutzt? Was tut man dann? Man ölt die Scharniere. Dann knarrt oder quietscht es nicht mehr. Weißt du, warum es so viel Gemurre gibt? Weil Menschen mehr Öl brauchen. Oder ihr Öl ist abgestanden. Öl kann abgestanden sein. Sie brauchen frisches Öl. Psalm 92 ist ein Psalm, der von Juden jeden Sabbat zitiert wird. Psalm 92 kommt nach. Psalm 91. Und Psalm 92 ist ein Lied über den Sabbat. Am Ende heißt es dort, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, wie eine Palme. Palmen bringen noch im hohen Alter Frucht. Das ist der letzte Teil von Psalm 92. Aber in der Mitte steht auch, ich bin übergossen mit frischem Öl. Amen. Das ist das Sabbatlied. Jeden Sabbat sollen wir wieder frisch mit Öl übergossen werden. Wir müssen Schüler der Gnade Gottes sein. Aber am wichtigsten ist die Sohnschaft. Das ist so wichtig. Ich habe Gott gebeten, mir noch mehr darüber zu sagen. Dieser Unterschied zwischen Sohnschaft und Jüngerschaft ist mir nämlich schon länger bewusst. 2013 habe ich über Jüngerschaft und Sohnschaft gelehrt. Aber damals hatte ich noch nicht einige der Einsichten, die Gott mir jetzt gegeben hat. Ich bitte Gott immer um Vertiefung und frische Einsichten. Der folgende Punkt ist ganz frisch. Wisst ihr, was der Herr mir gezeigt hat? In diesem Vers, wo es heißt, dass die Jünger nun Christen genannt wurden, fand ich heraus, dass das Wort für genannt kein gewöhnliches Wort ist. Es ist das Wort, es wird glottal ausgesprochen. Versuch es mal auszusprechen. Du hast deine Maske auf, also musst du nicht befürchten, dass du jemanden anspuckst. Sag mal, glottal laut. Hämatisot. Hämatisot. Dieses Verb leitet sich vom Nomen Chema ab. Weißt du, was das bedeutet? Ein Orakel Gottes. Weißt du, was Orakel sind? Prophetenworte. New Age-Leute suchen Orakel auf. Sie glauben, dass durch sie ein Geist zu ihnen spricht. Das nennen sie Orakel. Aber in den Zeiten der Bibel wurde auch Gottes Stimme teilweise Orakel genannt. Das Wort hier, Hämatisot, bedeutet also buchstäblich, dass die Jünger von Gott umbenannt wurden. Der Heilige Geist änderte die Bezeichnung von Jünger zu Christen. Die Gesalbten. Ihr alle seid Gesalbte. Das bedeutet Christen. Gesalbte. Christusse. Wir alle sind Teil unseres Herrn Jesus Christus. des Messias. Es gibt nur einen Messias. Wir alle sind Christusse. Wie er. Wir haben Anteil an seiner Salbung. Jesus war mit heiligem Geist und Kraft gesalbt, steht in der Bibel. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle. In der Salbung liegt Heilungskraft. Mit der Salbung findet man es leicht, für Kranke zu beten. Warum? Weil dort, wo das Öl ist, sich die Fesseln auflösen. Böse Geister mögen keine öligen Orte. Was suchen sie? Trockene Orte. Jesus sagt, wenn ein böser Geist eine Person verlässt, sucht er trockene Orte. Dürre Orte. Das ist eine ganze Predigt für sich. Oh, ich habe so viel weiterzugeben und so wenig Zeit. Also weiter. Die Jünger wurden von Gott umbenannt. Chematizo. Schauen wir den Vers einmal in Youngs wörtlicher Bibelübersetzung an. Young gibt es so wieder. In Antiochia wurden die Jünger zuerst auch von Gott Christen genannt. Es war also der Heilige Geist selbst, der die Bezeichnung geändert hat. Aber wissen wir diesen Begriff zu würdigen? Ich habe Leute schon sagen gehört, Christ zu sein reicht nicht. Man muss auch ein Jünger sein. Wir haben das, was eine besondere Offenbarung des neuen Bundes war, herabgestuft. Dabei ist es eigentlich höher. Letztes Mal sprach ich darüber, dass Israel sich unter dem Gesetz befand. Als sie unter dem Gesetz waren, da waren sie was? Galater 3. Bevor der Glauben kam, bevor die Rechtfertigung aus Glauben kam, bevor Jesus kam, bevor die Gnade kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, unter den Zehn Geboten, und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin. Jetzt aufgepasst. Damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Wer ist dieser Lehrmeister? Das alttestamentliche Gesetz, die Zehn Gebote, richtig? Es steht da ganz klar. Am Sinai gab Gott den Israeliten das Gesetz. Amen? Und noch bevor ihre Zeit am Sinai vorbei war, waren 3000 Menschen umgekommen. Als Gott hingegen auf dem Zion den Geist gab, da wurden 3000 Menschen errettet. Wir befinden uns nicht mehr unter dem Lehrmeister des Gesetzes. Ein Lehrmeister sagt einem, wann man aufzustehen hat. Damals hatten wohlhabende Familien im Römischen Reich Lehrmeister, Hauslehrer für ihre Kinder. Dieser Lehrmeister hatte die Vollmacht, dem Kind zu sagen, steh auf, mach Sport, mach diese Übung, mach deine Hausaufgaben. Der Lehrmeister konnte dem Kind sagen, wann es zu schlafen hatte und all das. Doch hatte das Kind einmal Reife erlangt, hatte der Lehrmeister kein Bestimmungsrecht mehr über es. Braucht ein Christ wirklich die Zehn Gebote, um ihm zu sagen, dass er nicht lügen und keinen Ehebruch begehen soll? Nein, das steht doch in unseren Herzen geschrieben, das wissen wir. Sohnschaft ist höher. Also, nachdem der Glaube gekommen ist, befinden wir uns nicht mehr unter dem Lehrmeister. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Das Wort für Söhne hier ist Huyos. Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für die verschiedenen Wachstumsphasen. Die Babyphase ist Nepios. Das klingt so ähnlich wie das englische Wort für Windel, Nepi. Nepios bedeutet Säugling. Ein Huyos hingegen ist ein erwachsener Sohn. So ein Sohn kann das Auto des Vaters fahren, er kann sein Geschäft übernehmen. Mark und Söhne, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, aber unbeschränkten Mitteln. Gott und Söhne sind unbeschränkt. Also, die Söhne in diesem Vers sind erwachsene Söhne. Schauen wir auch noch ganz schnell in Kapitel 4 rein. Da steht, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ein Nepios, ein Säugling. Solange der Erbe, der Erbe. Stellen wir uns einen Milliardär vor, der nur einen Sohn hat. Der Sohn ist der Erbe. Aber solange er noch ein Kind ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Als Säugling kann er noch kein Filet mignon essen. Er ist noch ein Baby. Er kann noch nicht in den Genuss des Privatflugzeuges seines Vaters kommen. Er mag mitfliegen, aber es erfordert eine gewisse Reife, wirklich in den Genuss davon zu kommen. Er kann seines Vaters Auto nicht fahren. Amen? Warum nicht? Weil er nicht reif genug ist. Solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Eigentlich besitzt er schon alles. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern, bis zu der vom Vater fest gesetzten Zeit. Paulus bezieht sich aufs Gesetz. Das Gesetz war der Lehrmeister. Und die Israeliten waren die Nepios, die Unmündigen. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Der griechische Begriff für Grundsätze in diesem Vers bedeutet das ABC. Die Zehn Gebote sind eigentlich nur das ABC. Dieser Abschnitt macht das deutlich. Es ist das Gesetz. Ihm waren wir unterworfen. Das heißt nicht, dass wir nun gesetzlos werden, ohne Moral. Nein, Gott schreibt seine Gesetze auf unsere Herzen. Das bedeutet, dass wir beispielsweise nicht nur Nicht-Ehebruch begehen, sondern dass wir allein schon beim Gedanken daran eine Abneigung verspüren. Mehr noch, wir lieben unseren Ehepartner. Denn es ist durchaus möglich, zwar keinen Ehebruch zu begehen, aber seinen Partner auch nicht zu lieben. Mit einem Mal wird einem klar, Gott hat mir so viel vergeben. Warum sollte ich meinem Partner nicht auch seine Fehler vergeben? Paare brauchen Gnade in ihren Ehen. Bei der Grace Academy wird Gnade ein ganz wichtiger Teil beim Thema Ehe sein. Preist Gott! Leider kann ich durch eure Masken eure Gesichtsausdrücke nicht richtig sehen. Wenn ihr lacht, dann versucht das auch mit euren Augen zu zeigen. Oder bewegt eure Köpfe. Also, als wir noch unmündig waren, da waren wir dem ABC des Glaubens unterworfen, dem Gesetz. Nächster Vers. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die was empfingen? Die Sohnschaft. Jetzt sperrt die Ohren auf. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind Jesus und all seine Jünger genau genommen noch unter dem Gesetz. Mehr noch, keiner der Jünger war errettet oder wiedergeboren. Wie denn auch? Noch war niemand errettet. Sie folgten Jesus nach. Ja, sie waren Jünger. Ja, aber sie waren noch nicht errettet. Woher ich das weiß? Weil Jesus noch nicht gestorben war. Er war noch nicht auferstanden. Sie folgten Jesus nach. Waren sie Christen? Nein, sie waren Jünger. Das muss man richtig sehen. Jesus war noch nicht gestorben, noch nicht auferstanden. Wie hätten sie da errettet sein können? Nach seiner Auferstehung erschien er den Jüngern im Obergemach, richtig? Er sagte Schalom. Und dann hauchte er sie an. Das war der Moment, wo sie errettet wurden. Sie empfingen den Heiligen Geist. Sie wurden errettet. Aber wann wurden sie im Heiligen Geist getauft? Erst 50 Tage später, richtig? Zu Pfingsten. Was war dann also das Erlebnis, das sie hatten, als Jesus den Geist auf sie hauchte? Die Wiedergeburt. War Judas da? Nein. Judas verlor nicht seine Errettung, denn er war nie errettet gewesen. Er war nicht dabei, als Jesus die Jünger anhauchte und sie wiedergeboren wurden. Sie waren die erste Gruppe, die wiedergeboren wurde. Bis dahin waren sie Jesus bloß nachgefolgt, bloß seine Jünger. Aber heute sagen manche, Christ sein, ja, das ist gut, aber du musst Jesus auch nachfolgen. Aber diese Formulierung kommt später nicht vor. Petrus sagt nur, dass wir in den Fußstapfen von Jesus folgen sollen. Aber Paulus betont, ihr seid eins mit Jesus. Lasst ihn in euch Ausdruck finden. Nachfolgen bedeutet, dass er außen ist. Ich folge ihm nach, richtig? Aber er ist in meinem Inneren. Ich höre innerlich auf ihn. Der neue Bund besagt, du bist eins mit Jesus. Falle nicht von dem hohen Platz, den Gott dir gegeben hat. Hört ihr, Leute? Also, das Wort, das er benutzt, ist Sohnschaft. Was seid ihr alle? Söhne. Einmal war ich wegen etwas gestresst und fing an, ganz innig zu beten. Oder zumindest, was man gemeinhin für Innigkeit hält. Leute glauben häufig, inniges Beten bedeutet, ganz angestrengt zu beten. Dabei ist wahre Innigkeit die Kraft, die der Heilige Geist in uns erzeugt. Jedenfalls betete ich auf ganz intensive Weise. Gott, bitte, Gott, Gott, bitte. Das muss unbedingt geschehen, Herr. Herr, Vater, ich bete im Namen von Jesus. Vater, bitte. So in etwa. Da spürte ich mit einem Mal, wie der Heilige Geist mich korrigierte. Das war vor vielen Jahren. Er korrigierte mich und dadurch kam diese Lehre der Sohnschaft. Er sagte mir, warum betest du so zu mir? Ich bin dein Vater. Sprich zu mir doch wie ein Sohn. Wenn man sich vom Vater geliebt weiß, ist das eine Familiensache. Teilweise muss man als Kind den Vater noch nicht einmal fragen, weil er gesagt hat, dass man sich bedienen darf. Man darf sich ein Getränk aus dem Kühlschrank holen, richtig? Es ist eine Familienbeziehung. Man kennt das Herz des Vaters. Familie, das verkörpert Liebe. Bei dem Wort Hujos für erwachsene Söhne schwingt auch die Würde der Beziehung mit. Jünger? Nein. Es ist würdevoll, ein Sohn Gottes zu sein. Ich sage dir, es ist Halleluja. Halleluja. Da schwingt Würde und Charakter mit. Wer bist du? Wer bist du? Die Engel schauen uns staunend an, verblüfft über das Geheimnis der Erlösung. Sind das die Auserwählten? Sie sehen, wie wir die Beherrschung verlieren, wie wir ungeduldig sind, was wir zu unserem Ehepartner sagen. Und dann fragen sie sich, sind das die Leute, für die er gestorben ist? Was soll an denen besonders sein? Wir sind so mächtig. Wir müssen bloß einmal mit der Wimper zucken. Dann sind wir auf einem anderen Teil der Erde. Dann müssen wir bloß nochmal mit der Wimper zucken und wir sind wieder zurück im Himmel. Wir überbrücken Zeit und Raum. Wir können uns ganz schnell bewegen, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Diese Menschen hingegen, sowas von langsam. Die fahren auf ihren Motorrädern und nennen das schnell? Was haben diese Menschen nur an sich, dass der Sohn Gottes sein Leben für sie hingegeben hat? Wisst ihr, Jesus ist nie für Luzifer gestorben, obwohl auch dieser gefallen ist. Deshalb hasst Luzifer uns Menschen so. Jesus ist nicht für die Engel gestorben. In Hebräer gibt es einen Vers, wo es heißt, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Er liebt dich. Ein anderer Engel gesellt sich zu den ersten Engeln und sagt, sag ja nichts gegen diese Menschen. Das sind die, die er erlöst hat. Sie müssen kostbar sein. Wacht über sie. Wir sind erlöst. Der Erzengel sagt ihnen, wacht über sie. Also, ich war am Beten, als ich mit einem Mal innehielt. Ja, ich muss mich manchmal zusammennehmen. Wenn ich das Gefühl habe, als wäre Gott weit weg, wenn er für mich bloß Gott ist und nicht auch Vater, dann muss ich innehalten. Runterkommen. Der verkrampfte Versuch, eine Gebetserhöhung zu bekommen, verursacht nur Stress. Da halte ich inne und mache mir neu bewusst, dass ich Gottes Kind bin. Vater. Manchmal reicht das Wort Vater schon. Einfach ein paar Mal Vater sagen. Vater. Für Jakob mag er El Shaddai gewesen sein. Für Abraham mag er Jachwe gewesen sein. Für Melchisedek mag er El Elyon gewesen sein. Aber für uns Vater. Vater, das ist der Name, den Jesus uns gebracht hat. Gott hat uns zu seiner Familie gemacht. Wir können uns mit ihm als Familie fühlen. Eine Liebesbeziehung haben. Liebe. Eine Familienfirma kann noch so viele Angestellte haben. Die Kinder des Firmenchefs haben eine besondere Stellung. Der Sohn kann sich manchmal verspäten. Der Erbe. Am Ende erbt er die Firma. Volkst du mir so weit? Indem ich mir meine Sohnschaft bewusst mache, komme ich zur Ruhe. Vater, ich bin dein Sohn. Du bist mein Vater. Vater, ich weiß, du möchtest, dass ich dies habe. Mehr als ich es möchte. Denn ich habe in deinem Wort gesehen, dass es deinem Willen entspricht. Zum Beispiel Heilung. Vater, du möchtest, dass ich geheilt werde, weil du mich liebst. Gute Eltern würden die Krankheit lieber selbst erleiden, als ihr Kind leiden zu sehen. Also, Vater, ich danke dir dafür. Ich nehme die Heilung an. Ich sage dir, man erlebt erstaunliche Gebetserhöhungen, wenn man im Geist der Sohnschaft betet. Ich muss Acht geben, nicht wie der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn zu werden. Der Vater hatte nämlich zwei Söhne. Sag, zwei Söhne. In gewisser Weise verließen beide ihn. Der eine verließ ihn im Herzen und der andere körperlich. Der jüngere Sohn forderte sein Erbe von seinem Vater. Gib mir jetzt schon mein Erbe. Ich kann nicht warten, bis du stirbst. Der Vater gab es ihm. Der Sohn ging weit weg und verprasste das Geld mit einem ausschweifenden Lebensstil. Als ihm dann das Geld ausging, war der einzige Job, den er finden konnte, buchstäblich im Schweinestall. Das ist der schlimmste Ort für einen Juden. Denn Juden essen bekanntlich ja kein Schweinefleisch. Viele von euch mögen gerne Wantang-Suppe mit Schweinefleisch. Ihr mögt Speck und all das. Aber praktizierende Juden nicht. Der verlorene Sohn war so tief gesunken, dass er sogar gerne das Schweinefutter gegessen hätte. Nicht die Schweine, sondern den Fraß der Schweine. Tiefer konnte er nicht sinken. Dann sagte er sich, im Haus meines Vaters gibt es mehr als genug. Ich will zurück zu meinem Vater gehen. Die Diener im Haus dort, und das Wort für Diener bedeutet Lohnarbeiter, also Angestellte. Die Angestellten meines Vaters sind gut versorgt. Ich will zurück zu meinem Vater gehen und ihn bitten, mach mich zu deinem Angestellten. Er will dem Vater sagen, ich bin nicht mehr würdig, dein Huios zu sein. Mach mich zu einem Lohnarbeiter. Aber er kommt gar nicht dazu, die Worte fertig zu sprechen. Denn der Vater sah ihn schon aus der Ferne und rannte ihm entgegen, erzählt Jesus. Der Vater umarmte den Sohn und übersäte ihn mit Küssen. Und schon bevor der Sohn die Worte herausbringt, die er sich zurechtgelegt hat, noch bevor er die Bitte vorbringt, ein Lohnarbeiter zu werden, sagt der Vater, bringt das beste Gewand, bringt einen Ring. Damals war der Ring sozusagen die Kreditkarte. Den Siegelring konnte man einfach auf eine Tontafel drücken, dann war ein Kauf abgemacht. Es war sogar noch besser als eine Kreditkarte. Auf dem Ring war das Familienemblem. Bringt den Ring und zieht ihm Schuhe an. Unter dem Gesetz sagte Gott zu Mose, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Unter der Gnade sagt der Vater, zieht ihm Schuhe an, er hat das Recht, in meiner Gegenwart zu stehen. Amen. Dann sagt der Vater folgendes, jetzt aufgepasst, mein Sohn, aber Pastor, der verlorene Sohn ist doch im Grunde ein Nepios, ein geistlich Unmündiger. Doch der Vater sagt, dieser Huios war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann wird gefeiert. Der Vater sagt, schlachtet das gemästete Kalb, wir wollen essen. Das ist ein Bild von Jesus. Es gibt einen Preis für unsere Vergebung. Damit ein heiliger Gott sündhafte Menschen annehmen konnte, musste Jesus einen Preis bezahlen. Gott kann sein Herz der Liebe gegenüber allen Menschen ausschütten, weil diese heilige Barriere von Jesus am Kreuz überbrückt worden ist. Er hat den Preis bezahlt. Das Kalb wird also geschlachtet. Es gibt Musik und Tanz. In Gottes Haus sollte es Musik und Tanzen geben. Ich weiß, mit dem Tanzen ist es bei vielen von euch noch so eine halbe Sache. Aber es sollte Musik und Tanz in Gottes Haus geben. Dann kommt der ältere Bruder vom Feld heim. Er hört die Musik und das Tanzen und er fragt, was ist hier los? Musik und Tanz? Seht ihr, der ältere Bruder, ein selbstgerechter Mensch, weiß nicht, wie man feiert. So jemand kann nicht akzeptieren, wenn ausgelassen musiziert und gefeiert wird. Was ist hier los? Einer der Diener sagt ihm, dein Bruder ist heimgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb für ihn geschlachtet. Da wird der ältere Sohn wütend. Er will mit dieser Feier nichts zu tun haben und bleibt draußen. Der Vater kommt zu ihm und lädt ihn ein. Komm, feiere mit uns. Er erwidert, nein, was soll das hier? Und dann sagt er, all diese Jahre habe ich deine Gebote gehalten. Sein Auge liegt auf seiner eigenen Leistung. Was ihm fehlt, ist der Geist der Sohnschaft. Ich habe deine Gebote gehalten. Er sagt noch nicht mal, Vater, ich habe deine Gebote gehalten, sondern siehe. Wenn der Vater kein Chinese ist, spricht man ihn nicht so an. Man sagt ihm nicht, siehe, ich habe deine Gebote gehalten. Und weißt du, wie er über seinen Bruder spricht? Er nennt ihn gar nicht meinen Bruder, sondern doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat. Das sagt er. Interessanterweise heißt es im Gleichnis vorher nirgends, dass der jüngere Sohn das Geld mit Huren durchgebracht hätte. Aber davon geht der ältere Bruder aus, aus irgendeinem Grund. Komisch. Jetzt, nachdem er dein Geld durchgebracht hat, mit Huren, schlachtest du ein gemästetes Kalb für ihn. Dann sagt der Vater ihm, Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Nein, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Als der Vater ihn Sohn nennt, da benutzt er ein anderes Wort als Huios. Und zwar nennt der Vater ihn Teknon. Was bedeutet Teknon? Kind. Aber war er ein Sohn? Etwas früher in dem Gleichnis, als der ältere Sohn vom Feld kam und die Musik und das Tanzen hörte, da steht dort, eingegeben vom Heiligen Geist, Huios. Der ältere Huios. Aber der Sohn nahm einen sklavischen Geist an. Ich habe deine Gebote gehalten. Ich habe sie nie übertreten. Und doch hast du mir nie auch nur einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Wohlgemerkt, nicht mit dir, sondern mit meinen Freunden, verstehst du? Er war zwar ein Sohn, hatte aber den Geist der Sohnschaft verloren. Er nahm einen sklavischen Geist an. Kein Wunder, dass er selbstgerecht war, dass er verurteilend war. Kennst du solche Christen? Selbstgerecht, verbittert, verärgert, voll von Vorurteilen? Da heißt es an die Wurzel dieser Verbitterung gehen. Die Wurzel ist Gesetzlichkeit, wenn man auf seine eigene Leistung bedacht ist, statt auf den Vater und seine Liebe. Okay, ja, ich tue all das für dich, ja? Jetzt musst du mir das und das geben. Der verlorene Sohn kam nach Hause und fand Gnade. Als der Vater sagte, mein Sohn war verloren und ist nun gefunden, bringt das beste Gewand, holt den Ring, zieht ihm Schuhe an. Weißt du, was der verlorene Sohn sagte, als ihm all diese Dinge angezogen wurden? Nichts. Das heißt, er nahm an, was ihm gegeben wurde. Einige Menschen können das beste Gewand nicht annehmen, das Gewand der Gerechtigkeit. Ich will dich einfach einladen, komm zurück zum Geist der Sohnschaft. Aber hört man dadurch auf, ein Schüler zu sein? Nein, wir sind lebenslange Schüler von Gottes Wort. Ich möchte dich sogar dazu ermuntern, an einem Programm teilzunehmen, durch das du Gottes Wort auf all deine verschiedenen Lebensbereiche anwenden kannst. Segnet euch das hier? Wollt ihr noch ein bisschen mehr? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wenn ihr nicht wollt, dann nicht. Okay, dann nochmal zurück zu Galater 4, Vers 6. Haben wir Vers 6? Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Und wenn du ein Sohn bist, wenn du ein Sohn bist, liebe Brüder und Schwestern, wenn du ein Sohn bist, dann bist du auch Erbe Gottes. Pastor, soll das heißen, dass ich dieses Erbe erst im Himmel bekomme? Nein, es gibt zwei verschiedene Wörter für Erbe und mutmaßliche Erbe. Prinz Charles von England ist momentan gerade der mutmaßliche Thronfolger. Ist er der Thronerbe? Nun, er wartet auf den Thron. Erbe bedeutet gewöhnlich, dass man sein Erbe bereits bekommen hat. Ein mutmaßlicher Erbe wartet noch aufs Erbe. Die Bibel nennt uns nicht mutmaßliche Erben, sondern Erben. Liebe Söhne und Töchter Gottes, was für ein Vorrecht, eure Füße waschen zu dürfen. Ich möchte mit Folgendem schließen, Lukas 14 und 15. In zukünftigen Predigten will ich das noch weiter ausführen. Ich vergleiche und stelle immer gerne gegenüber. Eben habe ich die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Weißt du, wo sie steht? Sie ist Teil einer Reihe von Gleichnissen über die Gnade in Lukas 15. Lukas 15 beginnt so. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch der 100 Schafe hat. Das Gleichnis kennt ihr bestimmt. Das dritte ist vom verlorenen Sohn, worüber wir eben sprachen. Aber man beachte den Zusammenhang. Jesus erzählte sie, als die Sünder zu ihm kamen. Jesus hat es liebend gern, wenn Sünder zu ihm kommen. Er liebt es. Woher ich das weiß? Weil die Gleichnisse der Gnade das zeigen. Sie handeln von der Freude, das Verlorene gefunden zu haben. Die Freude, die verlorene Münze gefunden zu haben. Die Freude, das verlorene Schaf gefunden zu haben. Wenn Gott gefragt wird, aus welchem Grund rettest du Menschen, weißt du, welche Antwort diese Gleichnisse liefern? Es gibt nur eine Antwort, weil es mir Freude bereitet. Was für eine Antwort. Was für eine Antwort. Das wärmt unser Herz, weil es mir Freude bereitet. Amen? Pastor, aber ich fühle mich immer noch wie ein Jünger. Hör zu. Nochmal zurück zu Lukas 15. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Dem ist etwas vorausgegangen. Schauen wir uns das Ende von Kapitel 14 an. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Jesus zeigt uns hier, wie man eine Menschenmenge verkleinert. Denn Jesus vergrößerte die Menge nicht immer. Er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Warum sagte er das? Der Zusammenhang hier ist, dass die Menge nicht zu ihm kam, um ihn als Retter zu sehen, sondern bloß als Lehrer. Das ist der Schluss von Lukas 14. Nachdem die Menge von ihm gegangen ist, beginnt Lukas 15 dann damit, dass die Sünder sich ihm nahten. Denn als was sehen Sünder Jesus? Nicht als Lehrer, sondern als Retter. Stell dir vor, du bist gerade am Ertrinken und jemand kommt daher und fragt, was ist los? Oh, ich ertrinke, Hilfe! Okay, ich habe ein Buch, wie man schwimmt. Nein, du brauchst keinen Lehrer, du brauchst einen Retter. Sünder betrachten ihn als Retter. Ich brauche ihn. Andere haben eher die Einstellung, ich brauche dich nicht, ich bin nur an deinen Lehren interessiert. Viele Menschen haben nichts dagegen, sich an Jesus zu wenden, weil er ein Lehrer ist. Ach, er ist ein weiterer großer Lehrer. Ich will von ihm lernen, weil ich klug bin. Ich weiß, von wem ich lernen kann. Diese Haltung kam bei Jesus nicht gut an. Deshalb sagte er der Menge, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seine Familie und sogar sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Solche Worte finden sich nicht in den Briefen an die Gemeinde von Paulus, Petrus, Jakobus oder Johannes. Aber in den Tagen, in denen Jesus dies sprach, ja, da galt, wer man Jünger sein will, den wird das alles kosten. Nehmt euer Kreuz auf euch. Wenn man damals jemanden sah, der ein Kreuz trug, dann war er auf dem Weg wohin? Zu seinem Tod. Als Christen sind wir bereits vom Tod ins Leben übergetreten. Jesus sagt ihnen damit, es reicht nicht. Bei der Nachfolge geht es nicht nur darum, meine Lehren zu hören und sich von diesem oder jenem abzukehren. Man muss von Neuem geboren werden. Hörst du? Daraufhin gingen viele seiner Zuhörer weg. Dann, am Anfang des nächsten Kapitels, nahen sich ihm die Sünder. Schaut her, Lukas 15. Die Sünder nahen sich ihm. Lukas 15. Lukas 15. Lukas 15, Vers 1. Wo? Ach, da ganz unten auf dem Bildschirm. Pastor, das ist deine Schuld. Stimmt. Ich schaue immer nach oben, nicht nach unten. Nächstes Mal schreibt da unten Lukas hin, damit ich es sehen kann. Also könnt ihr Vers 1 da sehen? Das Vorangegangene führt zu diesem Vers hin. Alle Zöllner und Sünder nahen sich Jesus. Das bedeutet was? Dass diese Gruppe kommt, um errettet zu werden, nicht bloß um etwas zu lernen. Deshalb hat Jesus diese harte Forderung gestellt. Ich meine, sie ist doch wirklich hart. Wer damals einem Rabbi nachfolgen wollte, der musste sich von seiner Familie und seinem Job lossagen und ihm vollzeitlich nachfolgen. Ich will noch eine letzte Bibelstelle zeigen. Damit schließen wir wirklich. Johannes 6. Er fuhr fort. Deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Wow. Was bedeutet das? Wie viele von euch sind errettet? Darf ich mal eure Hände sehen? Ich bin errettet. Halleluja. Jetzt alle. Ruft errettet. Wenn ihr errettet seid, wisst ihr, wie ihr errettet wurdet? Werd ihr nicht gezogen worden, werdet ihr nie errettet worden. Der Heilige Geist hat euch gezogen. Das zeigt auch ein Gleichnis in Lukas 14. Ich wünschte, ich könnte das jetzt auch noch ausführen. Jedenfalls hat Gott dich gezogen. Aber Jesus hatte noch mehr Jünger als nur die Zwölf. Er hatte 70 Jünger, die ihm nachfolgten. Wusstet ihr das? Nicht nur die Zwölf. Es gab noch 70 andere Jünger. Der Heilige Geist hat das Wort Matetes für sie verwendet. Aber jetzt schau her. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Ist es also möglich, ein Jünger zu sein, ohne errettet zu sein? Ja. Weißt du, warum sie sich beleidigt abwanden? Weil sie die Einstellung hatten, ich bin hier, um von dir zu lernen. Ich folge dir, weil ich sehr klug bin. Ich sah, dass du gute Lehren hast. Also bin ich gekommen, um zu lernen. Siehst du, wie demütig ich bin? Und nun willst du mir erzählen, dass niemand zu dir kommt, es sei denn, der Vater zieht ihn. Nein, ich bin selbst gekommen, weil ich sehe, wie intelligent du bist. Was für ein hochgelehrter Thora-Experte du bist. Also bin ich gekommen, um mehr zu lernen. Es gibt auch noch andere Rabbis, denen ich nachfolge. So waren die damaligen Jünger. Sie waren Jünger, wandten sich aber von Jesus ab. Aber Jüngerschaft gibt einem keinen besonderen Status, der höher als die Sohnschaft ist. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Besonders treffend ist, dass dieser Vers Johannes 6, Vers 66 ist. 666, der Geist des Antichristen. Weißt du, warum? Weil diese Menschen die Gnade nicht annehmen konnten. Die Gnade ist immer die Grenzlinie. Dann, Vers 67. Jetzt sind nur noch die Zwölf übrig. Die 70 sind gegangen. So geht Gemeindewachstum. Ich habe ja gesagt, Jesus ist nicht auf Menschenmengen aus. Ihm geht es um Folgendes. Kommst du zu mir, weil du siehst, dass du mich brauchst? Ich bin dein Brot und dein Leben. Ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht bloß irgendein Prinzip, das du anwendest. Ich selbst bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Wenn du krank bist, bin ich das Leben. Ich bin die Auferstehung. Er muss alles für uns sein. Die Sünder kamen nicht zu ihm, um zu lernen, obwohl sie die Gnade Gottes kennenlernten. Sondern sie kamen, um ihn als Retter zu erleben. Die anderen sahen ihn bloß als Lehrer. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollte nicht auch weggehen? Ich liebe das. Der Herr bleibt so gelassen. Mark, willst du auch gehen? Einige Leute sagen schlechte Dinge über mich. Mark, willst du ihnen folgen? Jesus bleibt so gelassen. Er kommt überhaupt nicht in Verlegenheit. Petrus erwiderte, zu wem? Es gibt immer einen Petrus, einen Mark unter den Pastoren. Simon Petrus antwortete, Herr. Er nannte ihn Herr. Am Abend des Passamars, als Jesus seinen Jüngern sagte, einer von euch wird mich verraten, da fragte jeder ihn, bin ich es? Weißt du, wie jeder von ihnen ihn ansprach? Herr, bin ich es? Herr. Als Judas dran war, weißt du, was er sagte? Rabbi, bin ich es? Seht ihr? Es steht schwarz auf weiß in der Bibel. Jeder, der Jünger, fragte, Herr, bin ich es? Nur Judas fragte, Rabbi, bin ich es? Das zeigt, wie er Jesus sah. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Glaubst du, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes? Amen. Für diejenigen, die jetzt gerade von zu Hause oder von woanders zuschauen, Jesus möchte in dein Leben kommen. Er möchte nicht in erster Linie ein Lehrer sein. Ja, er ist der größte Lehrer, den ich kenne. Aber noch wichtiger ist, dass du von Neuem geboren wirst, als ein Sohn Gottes. Sohn in diesem Sinne ist generisch gemeint. Es schließt auch Töchter mit ein. Gott möchte dich in eine Sohnschaft hineinbringen. Wer auf diese Weise innerlich neu geboren wird, der ist ein wahrer Christ. Denk dran, die Bezeichnung Christ kommt von Gott selbst. Dasselbe Wort, Rhe-ma-ti-so, das verwendet wird, als die Jünger zum ersten Mal Christen genannt wurden, kommt das erste Mal vor, als Gott Josef im Traum warnte, wegen der Gefahr für Jesus als Baby, gehen nicht auf diesen Weg. Rhe-ma-ti-so, eine göttliche Warnung. Als der alte Simeon den neugeborenen Jesus in den Arm nahm, hatte er vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus gesehen hätte. Weißt du, welches Wort hier steht für die Zusage empfangen? Wieder Rhe-ma-ti-so, von Gott offenbart. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen ge-rhe-ma-ti-so-t genannt. Sie sagten nicht einfach, wie wäre es, wenn wir uns Christen nennen? Das wäre doch nett. Nein, Gott selbst hat sie in Christen umgetauft. Und danach hat er das Wort Jünger nie wieder in der Gemeinde verwendet. Amen? Aber wir sind durchaus weiterhin Lernende. Preis den Herrn. Alle Köpfe geneigt, alle Augen geschlossen. Überall, wo Menschen gerade zuschauen. Hier im MBS, in der GRC und auch zu Hause. Dies kann dein Moment sein, neu geboren zu werden. Ich fordere dich nicht zu einer Religionszugehörigkeit auf. Ich fordere dich noch nicht mal auf, Jesus nachzufolgen und dein Bestes zu tun, seine Lehren umzusetzen. Nein, ich lade dich ein, neu geboren zu werden. Jesus als deinen Herrn und Retter zu sehen. Er allein kann retten. In keinem anderen Namen gibt es Errettung. Willst du errettet werden? Dann bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater. Sag es, himmlischer Vater. Ich danke dir für die Gabe der Errettung, die Vergebung der Sünden. Es ist ein Geschenk, kostenlos. Aber es wurde von deinem Sohn bezahlt, meinem Herrn Jesus Christus. Er ist am Kreuz für all meine Sünden gestorben, und du hast ihn von den Toten auferweckt. Er hat den Tod für mich besiegt. Jetzt stehe ich vor dir, neu geboren, erfüllt mit deinem Geist, eine neue Schöpfung. Vater, lass mich weiter ein Schüler deiner Gnade sein. Im Namen von Jesus. Jesus Christus ist mein Herr. Preist den Herrn. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Willkommen in der Familie. Und da du hier errettet worden bist, ist die New Creation Church dein Zuhause oder die GRC. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen, amen, amen. Preist den Herrn. Wir wollen alle zusammen aufstehen. Danke, Herr Jesus. Okay, ich wollte euch eigentlich gerade gehen lassen, aber ich muss noch kurz einem Impuls gehorchen. Bei jemandem wurde in der letzten Woche etwas an der Leber diagnostiziert. Das kann auch für Menschen im späteren Gottesdienst zutreffen. Aber ich möchte nur sagen, Gott heilt deine Leber. Okay? Ich sehe so etwas wie schwarze Punkte auf der Leber. Du weißt es, wenn das auf dich zutrifft. Diese schwarzen Punkte verschwinden. Der Herr hat mir gerade diesen Impuls gegeben und er möchte, dass du das weißt. Hebt eure Hände im ganzen Saal. Der Herr segne und bewahre dich diese Woche. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und erweise dir Gunst. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir und deinen Angehörigen seinen Shalom, Gesundheit, Wohlsein und Frieden. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle Leute sagen, Amen. Hey, ich habe euch alle lieb, Familie. Sag mal, Familie. Gott segne euch alle. Ich habe euch alle wieder.